Ciao zusammen! Und zwar haben wir Kanada in der Gruppe, Deutschland und Uruguay. Kanada ist sicher ein sehr streches Team, das ist Weltnummer 1 im Moment. Deutschland ist ganz neu zusammengestellt worden diese Saison, haben wir auch noch nicht gespielt. Wir kennen einfach beide Einzelspielerinnen. Und Uruguay, die waren noch nie auf der Wörtel, deshalb keine Ahnung wie die spielen. Das werden wir dann von Ort erfahren. Und es freut uns einfach mega, dass wir an die WM gehen und in die Schweiz vertreten können. Genau, und wenn ihr die Spiele live mitverfolgen wollt, natürlich wäre es schön, wenn ihr euch in Hamburg live antreffen würdet. Und sonst könnt ihr das einfach auf MySports mitverfolgen.